Was ich bei The Voice of Germany für mich am meisten gewinnen kann, ist meine Musik auch ein bisschen zu verbreiten. Ich hoffe jetzt natürlich, dass wenn ich auf die Bühne gehe, dass dann alles glatt läuft. Das ist mir das Wichtigste, dass ich nicht sage, jetzt habe ich es voll verhauen. Es wäre wunderschön, wenn sich jemand rumdreht. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 Vielen Dank.